524 Läuferinnen und Läufer sind am Maifeiertag beim 28. Griechsteder Volkslauf an den Start gegangen. Die Organisatoren vom SSV Griechstede freuten sich über dieses super Ergebnis. Bei bestem Wetter und idealen Laufbedingungen starteten die Läufer über 5 oder 10 Kilometer. Auch Walking über 5 Kilometer konnten die Starter absolvieren. Ein Kinderlauf über 500 Meter sowie Schülerläufe für Erst- und Zweiklässler bzw. Dritt- und Vierklässler wurde ebenfalls angeboten. Start und Ziel war am Sportplatz in Griechstede. Hier nahmen die Teilnehmer auch ihre Medaillen in Empfang.